So, hier, liebe Menschen, könnt ihr euch ein Insektenhotel anschauen. Die paaren sich gerade, gell? Guck mal, oben ist das Männchen, unten drunter ist das Weibchen. Und den ganzen Sand haben die Tierchen da rausgekrabbelt. So sehen Wildbienennester aus. Hier in den Löchern wohnen die Tiere. Guck mal, jetzt buddelt die sich noch ein. Ha! Und verschwindet ab im Loch. Ja, da habt ihr immer ein richtiges Biotop. Cool.